Ja! Ich weiß, wo ich ihn komme! Falls du dich fragst, was das für eine komische Anzeige bei denen ist. Hm, okay. Gleich. Hm? Wenn ich mich um Hjoma zu töten würde, würde ich es nicht mehr verletzen. Wenn ich mich um die Hauptsache, würde ich ihn verletzen. Wie kann ich das tun? Aber ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun, aber ich würde es nicht tun. Ich würde es nicht tun, aber ich würde es mit dem Zwei-San zusammen sein. Und ich würde es mit dem Zwei-San zusammen gehen. Ich würde es nicht tun, wenn ich mit dem Zwei-San dann gerne gerne möchte. Ich würde es nicht tun. Warum jetzt ausgerechnet Koch? Weil mir gerade nichts besseres einfiel. Okay. Also das ist, ähm, Dazzles aktuelle Feldfähigkeit. Wenn du Gegner bist, kannst du sich Story danach schneller bewegen. Okay. Was? Ich würde es sagen. Was? Ich würde es nicht tun. Ja. Ich verstehe. 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 Aber wir sind so eine tolle Familie. Ich verstehe. 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 Aber du bist doch mein Lieblings-Miibu. Du hast doch sehr viele andere Miibus. Wenn ich ganz viele andere Miibus hätte, das wäre mein Lieblings-Miibu. Ich wollte dich mal anprobieren. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich schaue mich. Sie sind nicht so, was ich? Ja, genau. Deswegen bin ich... ...Dezel? Ich sage das. Ich kann mich nicht verletzen. Ich kann mich nicht verletzen. Ich kann mich nicht verletzen. Ich glaube, das ist jetzt verbund. Ja, gut. Möchtest du eine eigene Domäne haben? Er ist nicht mehr am Schlafen. Rose, ich habe mich aufgerissen. Ja. Ich bin so gut. Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug. Ich bin so ein Zeug. Ich muss Dazzle noch schlagen. Halt die Klappe und lass dich von mir anschlagen. Ich kann nicht mehr, aber da gibt es noch einen weiteren Weg. Kulieren Sie schon einmal? Also, ich binISE! Ich bin sicher, dass Sie unsere Erdbeamte sind noch nie sind. Vielleicht können Sie noch keinen kriegen. Das ist jetzt nicht gut. Ich gehe nach der Straßen. Dankeschön, alle. Dann will ich noch ein Zeug. Wir bleiben hier an Nachfremplatz. Du bist ein lustiger Mann, du bist ein Kind, du bist ein Kind, du bist ein Kind, du bist ein Kind Gut Rose, dann wenigstens dich Willkommen im Team Als Teammitglied bekommst du erstmal eine Sonnenbrille Agentin Rose Ja Ja, sie kann uns irgendeinem Grund Alicia Sachen anziehen Nee Okay, warum auch immer sie das kann So Ette hier muss noch Flügelchen bekommen Ja Stehneben ausgezeichnet Fassend Mit den dunklen Klamotten und so, ja Du hast den Drachenkorridor gefunden Jaaaaaaaay Der war gut versteckt Ja Doraon Hachitendryu Sechzau Ja, Kasuna Ich denke, das ist ein Teil eines Dorausschens Es ist sicherlich kein Besonderes, aber Ich finde, die Zeit sind Einen Teil des Dorausschens Einen Teil des Dorausschens Ich weiß, dass es ein Kind Warum ist es Doraon? Du warst noch nicht überall. Aber es ist ein Drei-Folk. Aber es ist ein Drei-Folk. Das ist ein Drei-Folk. Noch ein Drei-Folk. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr wissen. Ich habe einen Drei-Folk mit einem Drei-Folk. Der Drei-Folk war er. Der Drei-Folk war der Edo-Nah. Aber Edo-Nah ist ein Drei-Folk. Das ist nicht so. Das Drei-Folk war der Drei-Folk. Das ist nicht so. Das ist ein Drei-Folk. Das ist ein Drei-Folk. Das ist ein Drei-Folk. Also wenn sich hier einer in der Hand verwandelt, dann haben wir zwei ganz starke Kandidaten dafür. Irgendies Macher. Na, also geht doch. Was ist denn da? Das war es nicht so. Das war nichts. Das war nur wichtig für Rolans. Das war nur ein Drei-Folk. Wenn es gerade nicht so manche為lich sind, dann haben wir einen Schalte wohlgehalten. Das war nur die Folken-Folk. Ich glaube, dass der Drei-Folk ist. Ich habe schon speziell gewusst! Lucas ist gut, oder? Ich habe nicht nur mit dem Alisha... Ich habe nur die Highland nicht verletzelt. Das ist doch... Es geht doch einfach. Ich habe nur das mit uns gemacht. Genau. Ich habe mich mit Alisha-Hime gekauft. Ja, ich habe Marinda. Ich habe Alisha-Hime einen Schmuck. Vielleicht ist das... Ich bin doch noch nicht da. Ich bin doch nicht da. Ich habe das auch ein paar Fragen. Entschuldigung! Ich habe mich nicht geantwortet. Ich habe mich selbst entschieden. Ich habe mich nicht geantwortet. Ich habe mich nicht geantwortet. Ich verstehe das, aber ich habe mich nicht geantwortet. Also, mir gefällt Prinzessinnenrolle. Es ist bestimmt kalorienfreier. Ja, richtig. Richtig. Also, wir können... Wie die Prinzenrolle. Wir können klar festhalten, Soeys eingreifen in den Krieg hat das Ganze von einem Sieg für Highland und ein kleines Unentschieden geändert. Das ist gut. Dabei hat er für Highland gekämpft. Ja, was denn? Er sah so aus, als würde Highland gewinnen und dann haben wir den General kaputt gemacht. Ja. Ich finde, das war fair. Ja. Das war durchaus fair. Ja, Bot. Ich glaube, die Charaktere sind noch ein bisschen besser eingestellt. Wir können uns jetzt sowieso sortieren, wie wir wollen. Ja. Ich glaube, du wolltest Rose so lange übernehmen? Wenn Kai Rose übernimmt, dann nehme ich so lange. Sorry! Und dann bist du... Und wir haben irgendeine Kampffertigkeit bekommen. Du wolltest Edna doch. Ja, ich habe gesagt, wenn ich Sorry nehme, dann würde ich Edna als Partnerin haben wollen. Ja. Ja. Genau. Jetzt haben wir es. Und was haben wir heute gelernt? Und den Aufstieg. Halte bei einem verborgenen Art X-Gerück, um eine Kombo mit einem höheren verborgenen Art zu wirken, falls du uns kennenzulernen hast. Kostet nichts. Nehmen wir. Haben wir noch mehr? Durch. Sieht nicht so aus. Nein, noch nicht. Aber wir hätten noch was an Punkten auszugeben. Ja, ein bisschen. Also das erscheint mir ein wenig sehr weit. Ja, so gut ist Dazzle auch nicht. Vielleicht nicht auch. Dazzle sagt Nein. Aber es ist sehr interessant. Dazzle kommt ins Team, sofort kriegst du Dazzles Fähigkeiten. Tja, bei Leila doch auch. Ja. Aber die anderen beiden weigern sich noch. Mikri und Edna geben nicht jedem dahergelaufenen Hirten ihre Fähigkeiten. Eben, abgesehen davon. Wir haben es uns noch nicht verdient, dass wir Edna's Fähigkeiten bekommen. Möglich, möglich. Wir kämpfen jetzt! Wer wollte? Das sieht schon eher nach Werbung aus der anderen. Ja, aber wir sind auch andersrum getauscht. Ja? Doch, ich bin Sohre. Oder? Ne. Da, ich bin Spieler 3. Sorry. Die sind einfach in der Mühe, meine sichere Handfolge. Wir müssen nicht nach unten auf der Leiste achten. Wo bin ich? Funktioniert hinter der Ecke! Ah, das erklärt ein... Kommt der mal in meine Richtung? Ich bin nicht mehr sorry, ich bin nicht mehr... Sekunde... Da muss sich jemand erstmal Rose einstellen. Ja? Achso... Nicht-elementar... Nicht-elementar... Erde! Nicht-elementar, nicht-elementar, nicht-elementar... Wasser und Wind... Ich hab ganz viel zum Zuschlagen. Du hast jedes Element! Alle, okay? Zwei Waffen ausrüsten! Und das fasst es ganz gut zusammen. ROLF! Und... Ich muss mir jetzt angewöhnen, in eine andere Ecke zu gucken? Juhu! Rose? Rose! Rose ist nicht mehr da! Rose hat das Spielfeld aber so halt voll verlassen! Ja! Ach, da bin ich! Hallo! Entschuldigung! Kein Problem! Sorry! Oh, da ist doch wirklich... Das ist doch gar nichts! Das ist gar nichts! Gar nichts?! So nennst du diese furchtbare Kameraführung?! Ja, diese Kameraführung ist gar nichts. Schleichender Tripp! Das Geräusch deiner Schritte dämpft! Äh... Ah, das ist Rose. Rose kann sich leicht dagegen heranschweichen. Awww... Ganz langsam! Fuhrer! Vuuum! Trank des Lebens. Da ist ein Monolith auf der anderen Seite der Wand. Hm... Ja sehr gut. Ja. Yo. Die beiden Super-Fusionierer. Du wecken uns also auch gerne Ruin? Ist das ein Scherz? Kein bisschen. Denn ihre Massen reichen vollkommen aus, um mich zu unterhalten. Rose, hast du eine Idee, wie wir hier jetzt durchkommen? Sieh mich nicht so an, es ist deine Aufgabe, Kumpel. Ich habe alles versucht, um das Ding zu öffnen, aber es bewegt sich nicht. Kein Plan. Du hast eine Menge herumhantiert, um die erste Tür zu öffnen. Schaffst du das nicht auch mal? Wenn Giftpfeil aus den Wänden schießen, bedeutet das sicherlich, dass du etwas richtig gemacht hast. Klar. Klares Zeichen. Nebenan oben kam ich, oder? Vor dem anderen Bogen, ja. Ich glaube, du warst da mit dem, hast du aber noch nicht alles erfordert, egal wo du leidest. Der Woldranwald. Ich habe einen Ausgang gefunden. Wenn wir es drauf anlegen, kommen wir hier wieder raus. Wir wissen zwar nicht, wo wir dann landen. Im Woldranwald. Weißt du, wo der ist? Auf der Landkarte. Irgendwo auf dem Grundlinien von Klembald. Oh, okay. Nee, du. Nee, du. Kommt, John. Nein, falsche Taste. Look. Du hast ein lautes Polster. Komm rum. Ja, ja. Nose ist übrigens brav stehen geblüht. Klar. Ich muss mich wiederum gewöhnen, dass es dieses... Nose rennt einfach los. Ich habe noch gar nichts gedrückt. Ja, wir haben jetzt alle Lustigsten gewöhnt. Abgesehen von Fuchs. Fuchs macht weiter mit Kleo. Windschreiben. Ja. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit. Da ist er. Weisheiten. Drei Arten von Arzt. Verborgene Arzt. Amalm. Nicht unterbrechen. Deinem Angriff plus Artangriff. Der feindlichen Verteidigung. Plus Artverteidigung. Ja, ha. Ha. Das sind so Sachen, auf die achten wir eh nicht. Aus welchen Angriffswerten sich verschiedene Arten zusammensetzen. Ich habe endlich so schnell Characca. Hm. Das war ein Wölf und kein Wurm. Das war ein Kampf dahinter. Pendel, der vorhunder Mana-Katelade, kann so dem Fall doppelt werden. Was? Also das Pendel kann verdoppelt werden. Und dann als Peitsche gegen Feinde eingesetzt werden, die sich zu nah herantrauen. Fähigkeiten aus mittlerer Distanz oder eine Reihe Nahkampfhiebe, Dazzle-Taktik, jeweilige Situationen, Seraphische Art gut einsetzen, wenn man die Standort irgendwann vor einem Wurm setzt. Weeeey. Keiner spielt Dazzle. Also momentan zumindest noch nicht. Also momentan zumindest noch nicht. Also wir dürfen das Kampffeld nicht weiter in die andere Richtung bewegen, wenn ich da in der Ecke stehe. Ich komme hier wieder raus. Schöner Wolf. Schöner Wolf. Schöner Wolf. Schöner Wolf. Anlocken gibt's auch. Zuvor versiegte Feinde. Verstärkung. Irgendwas sieht, dass wir einen Feind aussuchen und der dauert dann häufiger neuer auf. Ein Heimittel. Die ersten zwei, die wir haben. Google. Das war so interessant, da ist das Viech direkt weggerannt. Wenn der gelbe Iris-Schein wahr auftaucht. Heldals nutzt diese Kriege dazu, die Venomisierung voranzutreiben und immer stärkere Helions hervorzubringen. Der schon wieder. Das ist das erste Mal, dass ich was von der Venomisierung gehört habe, oder? Ja. Ja. Und er braucht unbedingt einen Friseurtermin. Spitzen schneiden. Mhm. Na, zum Zahnarzt muss er nicht. Das sieht gut aus. Ja. Wenigstens diesmal ohne japanischen Text. Mhm. Hat sich das Monster gerade weiterentwickelt gehabt? Oder sah das nur so aus? Fuchs, ich achte nicht so sehr auf Monster. Ich achte auf Tod und Zerstörung. Na, das wird auch keine Schuhe kaufen müssen. Ja. Nein, nein, sie hat über das Viech in der Vision geredet, nicht über den Stahl. Nein, nein, sie hat über den Stahl. Ich hatte einen Schuss mit einem Schuss, und habe einen Schuss aufgemacht. Ich habe einen Schuss mit den Himmel und habe mich zu bemerken, und habe ein Schuss mit den Schuss in die Hand zu erzeugen. Ich habe eine Ede. Aber ich habe einen Schuss, der sich im Schuss aufgefunden ist. Das ist also der Kuss des Schuss. Hey! Ich glaube, das ist ein Schuss. Ich bin von der Himmel, ich bin ein Schuss! Das ist ein Schuss. Feuer! Feuer! Die Mufi-Fernstörger Feuerwehrs, der Tutsch, hier sind die eben auch ziemliche Feuermeister mit zwei. Und selbst wenn nicht? Los, leuchtest du bitte einmal das Kassi? Gefährliches Wettbewerb! Gefährliches Wettbewerb! Ja, ist super! Was waren die? Schwächkeilige Nifilante. Ich hoffe auch nicht so schön. Ich kann das auch! Ja! Ich bin nicht sicher. Ich habe noch keine V Ribes! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher! Oh ja! Entfernen! Achtung! Hhhhhh. Soft Ice! Ropf. Trauerndes Poltern! Von oben! Ah ja. So, aber derzeit war gewandt. Haben wir da was vor allem? Nö! Gewandt! Ich meine meine super, äh, Hey, du hast so gut irgendwas gefunden und ich reagiere auf Monolithen in der Gegend. Das funktioniert ja auch erst mit 3 Meter daneben. Ja, aber in Künfteson ist durch Wände! Ja. Ich wollte mich sogar rüber, wo ich mein Spielabreinbarke habe. Er war erst mit GAR! Ah, bin interessiert das! Ich treff die trotzdem! Ich glaube, die sollte einfach nur so Hörnchen oder sowas. Okay. Du hast? Glaubst du? Eine Schlange vor der Nase. Das ist nicht ungewöhnlich. Meistens kommt auch vor, dass wir alle was vor der Nase haben und niemand was sieht. Oh, siehst du! Ich bin bei mir, Fuchs! Ja, ich bin da hingegangen! Was war das?! Kameraspaß! Rose hat eine neue Art, erleert! Weeeeeeeeeeeeeeeeeee! Oh. Nein. Dann... Die Tausend Schwerter! Juhu! Aber er hat sie nur zwei Dolche! Ja, und? Apfelgummi! Wow, wow, Dazzle, Dazzle, du solltest deine Fähigkeiten nicht so gut nutzen! Wow! Ja, kommst du her! Ja! Dazzle! Dazzle! Dazzle, wir müssen stehen bleiben! Niemals! Dazzle! 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 Puzzle! Fade away! So hang your head and let it fade away Away